Seit 1984 steht Dr. Andreas Oberhofer im Dienste der Gesundheit bzw. der Menschen. In seinem Gesundheitszentrum in Innsbruck wird eine Brücke zwischen Schul- und Alternativmedizin geschaffen. Dort werden beispielsweise Darm-, Haut- oder Kiefergelenkserkrankungen sowie Erkrankungen der Wirbelsäule und psychische Erkrankungen unter Berücksichtigung der Terrasse, das heißt der Vorerkrankungen, Umweltbelastung, Lebensweise und Belastung aus dem psychosozialen Umfeld, untersucht und vor allem behandelt. Dr. Oberhofer ist Spezialist für Regulationsmedizin und führt in seiner Praxis Untersuchungsmethoden wie die Computerregulationsthermographie durch, um Funktionsstörungen von Organen erkennen und heilen zu können. Zusätzliche Schwerpunkte sind die Ernährungs- und Sportmedizin sowie die Osteopathie. Die Rundumbetreuung, die Sie im Zentrum erfahren, macht eine auf die individuellen gesundheitlichen Bedürfnisse zugeschnittene Therapie erst möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-oberhofer.at www.dr-oberhofer.at